Hallo, herzlich willkommen zum Videoblog von Kleingarten-Paradies.de. Wir sind heute, was heißt heute, wir haben Urlaub. Da habe ich sicher schon gemerkt, dass die Blöckeinträge nicht mehr so regelmäßig kommen. Wir sind in Dänemark, in Mündegar. Das ist an der Nordsee. Wir haben in der Nähe von Burghaven, falls das jemand kennt. Ja, wir sind hier am Strand. Und wie man unschwer erkennen kann, ist hinter mir die Nordsee. Und ja, schaut mal, was ich dort gefunden habe. Ich schwenke mal eben rum. Na, noch kann man sich hier erkennen. Ha! Wir waren da. Wir waren da. Untertitelung des ZDF, 2020